Äh, Was machen wir denn jetzt? Ähm, Ich müsste nochmal Gards töten, von Reshala, aber wir können auch was anderes machen. Ja, lasst uns das doch machen! So, ich mach schon wieder pinkeln. Ich hab so eine schwache Blase mittlerweile. Hallo, Hallo Kalle! Ist es sich grad bewegt? Wir sind mal doch gerade wiedergekommen und dann seh ich dich da aufmerken, nur. Douổi, uns brauchen wir nicht mehr gehen, oder? Wie, Ich dachte, du brauchst die Gards. Ja, aber wir sind doch schon 10 Minuten zu spät, oder? Nein, wir sind gerade gespawnt. Ich war auch eben wieder in der Küche und hab mir den Kühlschrank angeguckt und dachte so, boah, alles langweilig. Und nun? Hab ich nichts zu essen dabei. Immer auf. Ja, ich geh drei. Und ein Clear. Wie viel Gards brauchst du? Vier? Drei. Ich geh zwei. Ja, drei scheint Clear, soweit ich das sehe. Bist du bei drei? Bist du bei drei? Nein, nein, nein. Das kann uns gerne keinen Stress machen. Ja. Nein, nein, nein. Ich komm jetzt in die drei, in die drei, in die drei. Apica 16. Oh, diese Masken, ne? Diese Respirators. Weißt du, was ich meine? Ja, die weiße. Genau, davon brauch ich noch zwei Stück jetzt. Vitamins 2. Findest du bei Skefs oft. Stimmt. Ich hab die ja auch gerade von einem Skef gelootet. Ja, guck's halt hier. Bist du gerade gesprungen? Ja. Sag das doch, Digga. Ich bin gesprungen, Digga. Links kommt was? Was denn links? Das war links. Ich bin in der zwei. Achso, sag das doch. Hast du einen? Ja, ja. War nur ein Skef. Findet man nur diese scheiß Katzen. Digga, das kann nicht sein. Ich hab BP drin. Ey, vier Schüsse ausgehalten. Was ist das? Ja, wo ist der denn? Jetzt komm doch her. Draußen, Busch. War ja drei der Türen, ne? Ne, kommt vorne, Haupteingang. Hast du einen Scaf oder was? Hat der eine Maske auf? Ja. Die, die ich brauch? Ja. Liegt im Hauptbereich. Bist du gerade gesprungen? Nein. Nein? Nein. Du bist nicht gesprungen? Es ist aber gerade jemand gesprungen. Sicher? Vielleicht, oder hast du doch mich gehört? Lass mal. Lass raus. Castle oder wohin? Wie viel Katze? Nice. Ich bin gesprungen. Vor mir ist einer. Dreh mich auch noch um, ich trottel. Solange nichts schießen hören. Ne, ist echt mega ruhig, ne? It's kind of suspicious. Soße Hollandaise. Magst du die? Jo. Von Maggi Meister Klasse? Von, keine Ahnung. Oder kennst du Tomi? Hier kommt der Genuss. Nee, kenn ich nicht. Meine Freundin isst immer Soße Hollandaise auf ihrer Pizza. Das ist widerlich. Aber du isst ja auch Oliven mit Ananas auf der Pizza. Erinnert was? Ja. Oh, bro. Das ist ein richtiger Lach. Das sind die Gards, das sind die Gards, bro. Oh, shit. Ich bin da bei sowas von raus. Nee, 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 nee. Rupital rein. Oh, ist nicht gebeindet. Warte. Wo bist du? Ich bin draußen links am roten Container. Nice. Einen hab ich. Ja, ja, hier von innen noch. Warte. Warte, warte, warte. Ich mach Nate, ich mach Nate, ich mach Nate. Alter, spann dich mal. Ich schieße auf irgendwen. Geh rein, geh rein, geh rein. Komm, der, der irgendwas, weg, geh weg. Okay, das ist... Ristalle hab ich. Einer, einer pusht mich. Ich muss mich heilen. Das ist... Warte mal, Alter, schrei mich nicht an. Okay, Kalle. Ristalle hab ich. Auf wen haben die denn da geschossen? Weiß ich nicht. Okay, psch, psch, psch. Lootest du? Nein. Einen hab ich. Wo bist du denn? Das war nicht, das war nicht. Junge, ich töte dich. Leuchte mich nicht an. Da war noch einer geradeaus, oder nicht? Ja, genau hier. Der draußen, draußen, draußen. Der dreht sich. Ah, vor mir. Oh mein Gott. Hast du jetzt alle? Ja, alle tot. Oh mein Gott. Boah, weiß ich, wie ich hier am schwitzen bin. Halt, auf einmal steht der vor mir. Egal, was du so extra gemacht hast. Wie du schreist auch. Aber die haben wirklich auf einen Spieler geschossen, oder? Das war wegen... Blasch, das ist ein Bug. Metall? Nein, ich nicht. Ich bin drin im Raum von Reshala. Gib mir einen Call. Ja, irgendwer hat ein Metall hier gemacht. Welche Richtung? Weiß ich nicht, über mir. Ich hab den Eingang, wo Reshala liegt. Du bewegst dich, ne? Ja, ganz kurz hab ich mich bewegt. Bin aber jetzt still. Dein Laserpointer? Das ist meiner. Ja, ich weiß nicht, ob oben eventuell einer Faxen macht. Ja, lass lieber gucken. Ja, du... Schmeiß den Nate hoch. Nach rechts, aber geh ruhig hoch da. Bin rechts oben. Alles clear. Ganz hochkommen. Hä? Was war das? Haben wir alle Gards? Haben wir alle Gards? Ich hab nicht nur drei gekillt. Ja, weiß ich nicht. Oder ist noch einer in Gards draußen? Ich bin draußen. Hier liegt einer. Reshala draußen. Eins, zwei, drei. Einer liegt hier noch im Busch. Genau hier hinter im Busch liegt noch einer. Ja, dann haben wir alle. Ja, was machst du denn so einen Stress? Ja, was ist Safe-Metall? Disco? Ja, ja, alles gut. Holz hinter uns. Richtung Rampe. Hab ich einen Down? Bin hartlit. Bin hartlit, oder? Bin hartlit. Ja, ja, ich hab den. Geh in die Ecke. Ich nehm Green. Ich nehm Morphin. Okay. Hast du noch einen Schuck genommen? Interessiert mich doch nicht, was du dir reinschiebst, ey. Doch. Nein. Doch. Erzählt er mir da alles hintereinander, was er sich da drückt. Hier, Slick, Digga, Slick. Ich glaub, der war aber alleine, ne? Und der ist nämlich auf irgendwas Metallisches vorher schon gesprungen. Hier, hier nochmal. Ich geh nochmal in den Assi-Raum. Da sitzt manchmal einer auf dem Regal. Ich dachte, ach wie, ach der aus dem Clip, das ist der Assi-Raum? Ja, du musst auf jeden Fall ruhiger werden, ey. Ich krieg hier die Krise. Du schreist mich hier auch nebenbei so an, ey. Ich denk mir so, ey, was hat der denn? Steppst du schon wieder? Nein, 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 nein. Draußen step, draußen step. Ich brech ab, ich brech ab. Der weiß, dass ich hier bin. Ab ihn ist tot. Easy, easy, easy. Ich geh zurück in meine Ecke. Noch was, oder? Bist du gerade kurz gesprungen, einmal? Einmal. Rennt wieder was? Ich bin gerade kurz gerannt. Ich bewege mich nicht mehr. Ich muss Survival-Kit. Du bewegst dich, ne? Ich hab mich kurz einmal bewegt, ja. Ich bewege mich weiter. Ich laufe normal. Läufst du? Nein, 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 nein. Ich mach Survival-Kit. Da rennt was? Ich, 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 ich. Brung. Ich komm rein. Träum mich nicht, sonst schütze ich dich ab. Ich hab nicht getrollt, du bist doch gesprungen. Ne, da ist noch was, da ist noch was. Ist noch was, ne? Ja, rennt. Bleib, 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 bleib. Ich mach Survival-Kit, ich bait. Boah. Ne, das ist ein krasser. Ich brauch Hilfe. Krasser was? Ja, ein heftiger Guard, glaub ich. Geh hin, mach den. Du hörst den doch. Da rennt noch einer draußen. Da rennt einer, oder? Ja, ruhig, ruhig. Geh hin. Reden mit uns. Oh, das sind ganz viele. Das ist deine, Nate? Nein. Ach, ruhig, ruhig, ruhig. Wie viele sind das? Sind das Spieler? Ich baller mir, ich baller mir Meldonin rein. Pushen, lass pushen, lass pushen. Push, push, push. Das ist ein Scapple. Ich geh links. Einer ist draußen. Noch beim ASI-Raum, safe. Ich bin draußen. Einer down. Noch einer, noch einer, noch einer. Wo bist du, wo bist du? Draußen. Bist du draußen? Aufriechschaller bin ich. Wo bist du wieder zurück im Raum? Andere, hinterm LKW. Hinterm LKW bin ich. Holz. Geh ganz kurz einmal. Alter, ich knall mir hier alles. Naja, ich seh dich, hab dich gesehen. Ich bin gegenüber von dir draußen. Ich push hoch. Oben clear. Ich glaube, im ASI-Raum. Ich werfe eine Nate rein. Der war auch eine rein, weg da. Meine ist nicht drin. Aber du hörst doch die Steps, oder nicht? Ich höre auf zu steppen. Deine Nate? Unten vielleicht. Ja, meine Nate. Ja, safe noch was gesteppt. 100%. Vorne Holz. Ja. Der ist draußen. Ich bin hinter dir. Hinter Rischalas Raum. Alter, irgendwer springt doch hier weg. Der ist da wirklich noch drin, Digga. Ich komm runter. Ich bin runter. Bist du draußen? Ich bin draußen. Du bist da runtergesprungen, ne? Ja. Ja, ich werfe jetzt nochmal eine Nate. Der ist links. Push hard. Oh mein Gott. Ich hab keine Munition mehr. Ich bin tot. Irgendwieso pusht du den? Ja, ich dachte mit dem... Von Scaf Player, Alter. Hier liegen überall Leute rum. Was ist das für ein Match? Ja, ich dachte, ich mach die übelst krassen Plays. Nee, machst du nicht. Ja, hab ich auch nicht. Du sagst, also das müsste ich jetzt mal ganz kurz festhalten. Der ist links. Ich schmeiß die Granate nach links. Was machst du? Du guckst oben rechts auf dem Regal. Nein, ich muss doch erstmal gucken. Oben rechts auf dem Regal. Der ist links. Du guckst rechts. Wie viele Leute sollen da noch sein? Ja. Zwei. Gut, mir fehlen da die Worte. Hattest meine Sachen einfach droppen. Überall liegen hier Leute rum. Und wetten hier ist doch irgendwo eine Ratte. Gegen wen hattest du denn da gekämpft? Wo du sagtest, yo, der ist strong oder so. Der ist strong? Ja, wo du sagtest, ich muss mich jetzt heilen. Da bist du irgendwie rausgeheatet. Auf jeden Fall ein Magazin weggeschmissen. Ich hab keine Munition mehr. Also nochmal, was? Ach, Digga, ich weiß doch auch nicht. Oh Gott, mir ist so warm. Schreist du mich hier den ganzen Tag an? Boah, also ey. Der Guard, der hat mich fast geküsst. Und du hast dir extra Zeit gelassen damit. Ich brauch jetzt hier noch einen kleinen Moment. Wird gleich noch getötet. Ich sehe es schon kommen. Nee, nee. Ist Strom an. Äh, nee. Ah, doch. Ist an. Und wie viele Scaffplayer waren das denn? Fünf? Da kam auf einmal eine richtige Mannschaft an. Aber die haben ja auch gegen irgendwen gefeitet. Das frage ich mich halt. Stopp, stopp, stopp. Nee, ich verpiss mich, Alter. Lauf. Lauf, 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 lauf. Wir sind noch Scaffplayer. Scheiße, ich jetzt aufs Loot? Wirklich? Ach, scheiße, ich hab keinen Bock zu sterben. Ich hab keinen Bock zu sterben. Sollen sich die Scaffs dran freuen? Ich hab deinen Scheiß in die Ecke geschmissen. Geil. Alter, was ein Raid. Ich bin raus. Junge, Junge, Junge. Hast du wenigstens Rishala noch kurz angefasst oder auch nicht mehr? Äh, nee. Du hast übrigens die ganzen Spieler gekriegt, scheinbar. Ich hab nur Scaffs gekillt und drei Guards. Aber die brauchte ich auch. Junge, ey. Machst du hier nur Stress? Ja, wie? Ich schmeiß aber meine Magazine weg, wenn ich hektisch bin. Vor allem fängst du da wieder an zu kreischen, ey. Ach, es war einfach schön. Schöning, ich bin additional限este, ey. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.